Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Bioshock 2 Remastered. Ja, wir haben ein bisschen Gesellschaft. Wir sind gerade hier neu dazugekommen. Also neu, nicht ganz, oder? Hier war doch... Ja genau, hier waren wir das letzte Mal noch. War ja alles unter Wasser gesetzt. Bis vor kurzem. Wir haben kurz das Wasser abgelassen. Und jetzt... So. Oh nein, das würde ich... Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die... Seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Aha, und was soll ich jetzt tun, seiner Meinung nach? Wir haben... Drei Little Sister, die wir retten können. Oh, das ist... Dass die noch nicht gefressen wurden von irgendwelchen Haien. Ich meine, da schwirrt doch öfters mal der ein oder andere Hai herum. Wie können die eigentlich in der Luft schweben? Ich meine, entweder sinkt der Körper irgendwann zu Boden oder bläht sich auf mit durch die Dämpfe und treibt dann an der Oberfläche, aber... Ist so mitten im Nichts, schwebend. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Wäre interessant, äh... Das ist mal nachzuforschen. Mh, Waffen-Upgrade. Du bist Überraschung. Alter, hab ich grad... Ich hab beide in einem... Tatsächlich... Null. Nice. Okay. Pianobar, Lambsgarn, Karussell. Müssen wir? Brauchen wir irgendwas? Wir haben zwar schon fast wieder ein volles Portemonnaie, aber... Das hier kann ich mir gönnen. Dann schau ich mal nach, was ich denn hier Schönes machen kann. Okay, jetzt ist die Frage. Wir haben unsere Minigun voll upgraded. Wir können jetzt entweder das Hits-Upgrade für die Nietenpistole machen. Das ist nicht mehr... Da ist der fette Nachbar oben. Ich hoffe, man hat's nicht gehört. Vielleicht schon. Äh... Ladestreifen für Nieten... Ja, wir können in der Sitz-Upgrade... Die Tesla für den Schrot. Das würde sich vielleicht sogar lohnen, weil... Schrot mit Elektroschock... Es würde schon sehr geil sein. Und Harpoon-Beschleunigung... Weiß ich nicht. Braucht's eigentlich nicht, weil... So gesehen ist die Harpoon-Beschleunigung die Sniper. Weil das ist die einzige Waffe, mit der wir zielen können. Oder ich hab die andere noch nicht probiert. Aber dafür jetzt hier... Den Zoom erhöhen würde Sinn machen. Weil es dann wirklich eine Sniper wäre. Den Schaden könnte man... Aber solange ich alles One-Hitte mit Kopfschuss, brauche ich's eigentlich nicht. Ich mach erhöhten Schaden für die Schrot. So. Sieht man irgendwie den Lauf anders, oder? Irgendwas hat sich verändert. Aber ja. Ach ja, ich wollte jetzt mal... Okay, ich hab mich gehört mit Zielen. Man kann mit allem zielen. Zielen ist einfach auf U gelegt. Was ich sehr seltsam finde. So, soll ich das hacken, oder? Wenn ich wieder Autohacker drin finde. Oh Gott. Boah, Skill. Flintenkugeln? Wir hatten doch noch nie Flintenkugeln. Antipersonenschaden für mehrere Ziele durchschlagen. Aber für welche... Ah, okay. Also eine Antipersonenkugel für Schrot. Und ich glaube, wir haben wieder volles... Ne, wir konnten alles Geld mitnehmen. Ich schau noch hier nach. Wir sind ja schon wieder fast am Limit. Willkommen im Treibstoff, so. Ich wollte jetzt auch nicht hacken, weil ich wollte das Geld ausgeben. Ich lasse jetzt mal die Schrot ausgerüstet. Ich weiß auch nicht, was mein aktuelles Ziel ist. Ja, das tat sich ja weh. Hat auch kein anderer gehört. War ja eine schallgedämpfte Schrotladung. Nimm das, Vater, und beeil dich. Mutter kann mich nicht hören, aber sie... Sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht... Ich bin unterwegs, Kleine. Oder ist... Ich weiß nicht mal, wie groß sie aktuell ist. Wir kriegen... Was zum... Was... Uh... Granatwerfer. Das, äh... Kontaktminen, Splittergranaten. Verbandskasten brauche ich überhaupt nicht. Geil, wir haben den Granatwerfer. Den haben auch die ganzen anderen Big Daddies immer mitgetragen. Das da unten sieht aus wie so Fernlenkraketen. Ich habe jetzt Splitter, Kontakt und das letzte ist noch nicht freigeschaltet. Joa, macht dezent Schaden. Wie sieht die Nachladung der Animation aus? Das ist nichts. Ich wechsle aber wieder zurück auf die Flinte. Ne... Ach Mist, ich habe eine Flintenkugel benutzt beim letzten Mal. Ich wollte normalen Schroh benutzen. Ist mir der Unterschied nicht aufgefallen, aber... Naja. Okay, ich bin am Bahn... Ach stimmt, ich musste zum Bahnhof. Ich musste ja mit dem anderen quatschen. Und unseren Sinclair treffen. Also unseren Sinclair, unseren Kollegen hier. Kurzencheck, was macht die Karte? Ich könnte hier nach rechts. Da habe ich eine Menge Dinge. Das ist aber wahrscheinlich auch der normale Weg. Das heißt, erstmal schaue ich nach... Wie geht es denn allen hier drin so? Da ist der andere. Okay. Tote erzählen keine Geschichten. Habe ich recht? Falsch! Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals. Auf deine Art. Wenn du das tust, entriegele ich die Station für dich. Großes Pfadfinder Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Da habe ich kurz einen Tee getrunken während dem Ganzen. Ich bin kurz ins Mikro gestoßen. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört. Du kannst den Aufenthaltsort von Little Sisters ausfindig machen. Aha. Ach ja, wird jetzt angezeigt. Na gut. Da oben ist eine. Boah, heißt das, die spawnen jetzt nicht mehr random? Und ich muss die wirklich jagen? Also jagen im Sinne von, ich muss zu den Orten, wo sie sind. Mist. Und der andere, ist der schon aus den Bahnen? Ist der schon hier raus? Dionysus Park, der Rest ist im Arsch. Ich glaube, ich kam von hier, oder? Ja, ich kam von hier. Muss ich den Weg nochmal zurück? Müsste ich, ja. Ich hoffe, das hier ist ein Durchgang, der vielleicht von der einen Seite frei gemacht werden kann. Kurz duschen. Muss ja auch wieder frisch sein. Einen alten Kaffee, der schon seit zwei Jahren im Wasser liegt. Die I-Spritze kann ich eigentlich liegen lassen. Seltsame Geräusche von außerhalb? Was sind das für seltsame Geräusche? Ähm. Ist das da Absicht? Achso, das ist wirklich eine Statue. Da ist einfach nur bewachsen. Ich dachte, das sieht so seltsam, natürlich, perfekt aus. Ist geil. Okay, wir haben hier den Savepoint. Ich schaue kurz auf die Karte. Nicht, dass ich hier den falschen Weg abgehe. Wir könnten eigentlich zum Triton Theater. Das wäre direkt hier links. Dann geradeaus. Den Rest hier. Und dann hoffen, dass wir hier hoch können. Klingt nach einem Plan. Machen wir so. Das hat es auf mich abgesehen. Wir haben sehr viele normalen Heckpfeile. Au. So, ein Blau. Das heißt, mehr Schaden für uns. Ich wechsle mal wieder zur Schrot. Ich nehme an, das hier ist eine... Ne, das ist keine... Das ist ein normaler Splicer, ja. Ich dachte, das wäre eine Atom-Quelle. Weil die gerade so perfekt da liegt. Und die auch meistens in der Nähe von Geräten zur Verteidigung sind. Okay, da ist die Lounge. Da ist die Toiletten. Du täuscht dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Ne, was sie braucht, ist ein Vater. Ähm, ähm, hab ich jetzt nicht gesagt, ne? So. Soll ich das hacken und vielleicht den ein oder anderen töten? Komm, ich mach's jetzt einfach. So. Hab ich das gehackt? Ich höre den Big Daddy. Ein... Ach so, Spiere. Kurzen Check. Keinen geheimen Schalter. Das sind auch keine Filme. Die brauche ich ja nicht mehr. Die Lounge. Was ist das da? Ach, das sind schwere Nieten. Die hab ich eh voll. Was ist so wichtig, dass man es hier verstecken muss? Kontaktminen, okay. Uh. Ich behalte mir das im Hinterkopf. Weil da vorne muss ich eh grad kämpfen, also... Hä? So, das ist nochmal ein Zwischenraum. Ich dachte gerade, weil die Lounge die auch wieder nach rechts zeigt. Das Theater ist dort drin. Ich geh erst... Oder hier. Ich geh erst mal durch die Toilette. Äh, der Schuss kam grad sehr verzögert. Wes? Also, bei mir ist grad das Spiel... Wieso auch immer. Bei mir ist das Spiel grad stark asynchron. Ich mein, ich hab schon bemerkt, dass beim Rendern das Ganze... ...rumspackt. Aber ich hatte's doch nie in der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Spiel liegt oder nicht. Wenn's bei euch normal ist, dann hab ich das beim Rendern wieder hingekriegt. Dann hab ich da einfach wieder ein bisschen rumgebastelt. Bei mir ist grad... ...sehr seltsam. Da kommt der Ton ein bisschen... ...sehr verzögert. War das schon die ganze Zeit so? Ist mir nicht aufgefallen. Ich mach kurz einen Check. Die Aufnahme läuft. Ich bin auch nicht auf Stream gekommen, weil OBS und so. Keine Ahnung, woran das jetzt gerade liegt. EVE ist gut. Da kommt bestimmt einer raus. Elektrosturm. Okay. Neueste Entwicklung. Bla bla bla. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab. Oh, das ist... ...wahrscheinlich was besser als dieser Feuersturm. Das ist ja... ...das ist Feuer. Obwohl ist auch nicht schlecht. Soll ich... ...ich nehm statt Feuer Elektro. Oh nein, wer bist denn du? Au. Ja. Der Sound kommt sehr verzögert. Der ist von der Decke runter. Ich dachte, der würde eigentlich... ...der würde hier raus stürmen. Warte, ich will mal kurz testen. Hm, seltsam. Dass auf einmal der ganze Sound verzögert kommt. Aber gut, das ist... Äh, hier war ich schon. Oder? Oder sieht das alles einfach nur gleich aus? Nach dem Toilettenbesuch erstmal hier ein Erste-Hilfe-Kit. Weil... ...braucht's. Zum Theater will ich ja noch. Ich weiß nicht mal, ob ich da durch... ...sehr viel Nahrung. Kann ich nachher da durch. Lounge. Ich schau mal. Okay. Da ist sie. Die kleine Göre will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalt ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie. Ah, mach... Chill mal. Ich bin doch nicht ein... Ich bin doch kein Monster hier. Ich geh jetzt mal in die Lounge. Erst mal chillen. Und dann sehen wir weiter. Siehst du? Die... Die machen's richtig. Mitten im Chaos, im flutenden Gebiet. Einfach mal locker zusammen tanzen. Ich kann nicht beide fotografieren. Nur einen. Das wär schon jetzt ein bisschen assi, ne? Oder so ein Raketenspeermarsch. Würde auf jeden Fall den Tanz ein bisschen flotter... ...machen. Ich mach mal erst mal nichts. Ja, klar. Dann halt nicht. Ach, das war ein Houdini-Splicer. Ach so. Die hätte ich unbedingt fotografieren sollen. Aber ich wusste nicht, dass das... Naja. Hätte ich das doch nur früher gewusst. Heckpfeil, E-Spritze. Das ist eigentlich auch... Kann ich lassen. Ich bin aktuell so voll mit allem. Oh. Dank den neuesten Game-Änderungen... ... kann mir ja nichts mehr passieren. Oder kann Deutschland nichts mehr passieren. Ach, ja. Schön. Ich sehe, hier geht's noch runter. Steph-Only. Türsteuerung. Ja, mach ich mal. Oh. Was ist... Äh, toll. Ich seh schon, da ist wieder... Phosphorschrot. Brauch ich nicht. Bandagen. Ist ja schön und gut, aber... Du musst pokern lernen, Eleanor. Wie jeder andere auch, habe ich Fehler. Unter anderem einen genetisch bedingten wilden Hang zum Konkurrenzdenken. Aber jeden Samstag studiere ich meine Mitspieler und picke mir einen heraus, der am meisten von einem Sieg profitieren wird. Ich sorge dafür, dass er am Ende mit meinem gesamten Einsatz nach Hause geht und dem der anderen. Ich gewinne nichts als das Gefühl, mich selbst zu besiegen. Bei den anderen Spielern werden die Vermögensverhältnisse ihren Bedürfnissen entsprechend umverteilt. Okay, ist auch ein Hobby. Das ist ein ziemlich fetter Safe. Ich habe doch jemanden gehört. Nice. Wir konnten vieles nehmen. Ich musste mich mal darum kümmern, ne? Äh, so, jetzt. So, jetzt hole ich mir den Big Daddy. Genug der Umwege. Kurzen Test wieder. Ne, ist immer noch asynchron. Obwohl, geht. Bei der Schrot habe ich es jetzt am meisten gemerkt. Ich mache nochmal einen Schrot-Test. Ja, klingt sehr stark asynchron. Kurzen Test mit was anderem. Ja, ist alles. Okay. Wo musste ich hin?